Es gibt kaum jemanden, der sie nicht liebt. Die Rede ist von der Musik. Sie begleitet uns tagtäglich von früh bis spät. Hier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst geht es allerdings nicht nur um moderne Musik. Wir haben uns mit Studenten, Professoren und der Universitätsleitung unterhalten, um was es bei einem Studium der Musik überhaupt geht.